Berlin, Tag und Nacht, Vorschau Emmi hat sich entschieden und Kretze schlägt zu. Emmis Entscheidung steht fest. Sie will Janis nach München begleiten, um ihn bei seiner Therapie seelisch zu unterstützen. Kretze kann es nicht fassen und tickt aus. Die Beziehung zwischen Emmi und Kretze steht mal wieder kurz vor dem Aus. Oder etwa nicht, zwar hat Emmi Kretze mittlerweile in ihre Pläne eingeweiht, ihren Ex-Freund Janis nach München begleiten zu wollen, betont aber gleichzeitig, dass sie Kretze über alles liebt. Der versteht gar nichts mehr. Emmi erzählt mir, dass sie mich liebt, aber sie will mit einem anderen Typen weggehen. Kann man sowas verstehen? Nein, ich kann's nicht verstehen. Dass Schmitti bereits von der Kontaktaufnahme zwischen Emmi und Janis wusste, macht es für Kretze nicht besser. Keine gute Idee. Er fühlt sich mal wieder von allen verraten. Am meisten Sorgen macht er sich aber um seine Beziehung zu Emmi. Der hat dann freie Bahn, wenn sie erst mal in München sind. Was ist dann Schmitti? Macht er seinem Ärger Luft. So weit will es Kretze nicht kommen lassen. Deshalb sucht er Janis, Bruder Malte auf, um herauszufinden, wo Janis steckt. Ob das so eine gute Idee ist? Schmitti ahnt Böses und begleitet seinen Kumpel. Ich komme mit, damit du keinen Scheiß baust, Junge. Ich komme mit, damit du keinen Scheiß baust, Junge. Ich komme mit, damit du keinen Scheiß baust, Junge. Ich komme mit, damit du keinen Scheiß baust, Junge. Untertitelung des ZDF, 2020